Bei uns wird mit Freude gearbeitet. Mit richtig großer Freude. Wir sind Stugeber aus Bad St. Leonhardt im Lavantal und suchen Trockenbauer und Allrounder im Handwerk. Natürlich können wir dir wie alle anderen Firmen erzählen, wie jung, dynamisch und cool wir sind und wie abwechslungsreich unsere Arbeiten sind. Tun wir aber nicht. Wir zeigen es dir. Sicher könnten wir dir auch verraten, wie kollegial wir sind und wie pünktlich und gut die Bezahlung bei uns ist. Wir könnten dir aber auch zeigen, was Teamwork und Zusammenhalt für uns bedeutet. Und das auch nach Feierabend. Wir könnten helle, saubere Hallen zeigen und richtig spannende Projekte, an denen wir arbeiten. Oder aber, dass du bei uns dank der geregelten Arbeitszeiten genug Zeit mit deiner Familie verbringen kannst. Wir könnten damit angeben, dass wir zwei richtig coole Geschäftsführer haben, die immer ein offenes Ohr für alle deine Anliegen haben. Wir könnten dir erzählen, dass deine Arbeit bei uns wirklich anerkannt wird und dass du bei uns attraktive Prämien bekommst. Wir könnten dir auch sagen, dass einige unserer Kolleginnen und Kollegen bereits über 25 Jahre in der Firma arbeiten und extrem stolz darauf sind. Wollen wir aber alles nicht. Wir wollten eigentlich nur sagen, dass wir freie Jobs und Ausbildungsstellen für Lehrlinge haben. Also, wenn dir Engelbert Strauß extrem gut steht und du einen Job suchst, in dem du endlich selbstbestimmt arbeiten kannst und deine Arbeit auch wertgeschätzt wird, dann melde dich bei uns. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.